Robert! Robert Geissen! Robert! Geiss Flanger und nicht Geissen! Spongebob Flanger! Äh, die Geissens Werbung! Robert! Ey, das ist so cringe! Mein Ex heißt Robert! Robert! Negon Kaze! Negon, der Typ, der mit den Katzen spielt! Robert! Negar, wo bist du? Robert! Da! Oh, 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 oh! Roboto, wir brauchen dich! Hör auf deinen Eiern zu spielen! Da kommt Alina! Hat dir einen heiligen Stein gegeben, damit wir dich nicht mehr verdächtigen? Vielleicht! Dafür bekommen sie gleich noch ein Video, wenn wir damit fertig sind, bis, äh, das meine Gammel pennt. Melina! Ich bin Früchte! Lass mich in Ruhe! Wer war da duschen? Duschen! 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 Ich kann... Oh nein! Melina, riechst du es, dass ich in der Duschen war oder was? Nein, irgendjemand hat so'ne Duschhaube auf. So'n Turban. Was mach'n duschen gemacht? Das hat wir nach dem Duschen gemacht. Ahch... Ohohohohohohohohohoho... Steven meldet ihn! Steven meldet ihn! Steven! Steven! Steven meldet ihn! nicht eine leiche gefunden genau im raum neben mir der beste schon auf 20 sekunden vorhin 40 sekunden gehabt er macht 40 40 ist besser beim grünen zu klein ich mache mal 30 30 standard sogar da war das mit der klasse ich meine einzige ja ich auch und ich wurde dann getötet eigentlich jetzt wieder weiter ja mann ich gehe da lang jetzt werde ich mich alle unterstützen die unterstützbar sind und wo ist denn das hier das ist hier und neun stunden 5 3 2 1 jetzt bin ich schon wieder hier ich vertraue diesen Ort nicht maaaain 1 2 3 4 so und raus gehe ich zu navigations ei robot du ewiger trako mörder du hallo so was jetzt mit jo wird ich und mein schluck auf so eigentlich besteht ja mein gesamtes kommentaris geräuschen moment was machst du da ist der dennis und wo er ist beim reaktor mit kam auch hier von da entgegen bisschen weiter oben aber ich habe nicht mehr was war es kann durchaus aber auch sein was ich jetzt sage ist keine ist eine vermutung und kann nicht zu 100 prozent stimmen also es könnte kai sein der dennis in reaktor gekillt hat und dann losgelaufen ist über upper engine es kann sein aber weiß ich nicht es kann auch sein dass es irgendwer anders war weil als der strom aus nee dann wäre denn es schon er dann wäre hat dennis hier hat jemand dennis nachdem der strom wieder an war noch mal gesehen da kam mir beide melinas entgegen okay das mit kai lasse ich jetzt erstmal kurz in der ecke stehen hier in standen inhaltes bei erfunden und als es in realität das kommt das ist reines zufall dabei am morgen hast ist man sich teilweise nicht sicher robert wo warst du zuletzt ich war zuletzt der elektricke hat da den strom an gemacht habe da diesen scheiß weg nach oben macht den rhythmus und wollte kratzen auch diese ausrichtung zu machen okay das war ich zuletzt ich will schon gar nicht mehr wo ich zuletzt war ich würde sagen nach deinem outfit aus unter der dusche ich kann aber auch tolle sachen sagen hi so es kommt ja zu mir hier rüber oder was also sagt schon war es danke als falsch ich muss hier hin ich bin die komplette ich bin die komplette ach so aus sabotage reaktor glaube ich jetzt und mann 2 3 4 6 7 8 9 10 hallo na wie geht's hallo und hilft die krebs werden werden ich glaube ich bin fertig und ab nach unten ich wusste ich hier warum tritt du nicht aber das nicht sass ihn habe ich nicht im verdacht kai wo lag die wo lag die leiche die lag jetzt in etsmann relativ weit unten in der ecke berliner du warst dort noch näher zuletzt also blau ich war bei dir gerade ja du bist nach unten gelaufen das ist richtig das ist verwirrend marlin wo warst du zuletzt ich wollte zu security auf jeden fall als tatsächlich aufgefallen als ich bin ich ja gut im gang stehen geblieben weil ich das symbol auf leuchten sehen wenn du nochmals zugegangen ich bin grad in navigation du hast die leiche in etmen gesehen okay gut dann kann kai die leichen kann kai melina nicht gefunden haben ja ich bin mit meinem task fertig wir müssten schauen dass wir halt jetzt mindestens das jetzt nur mindestens einer stadt wenn die jetzt ein double kill machen war es das robert wo warst du zuletzt ich bin heute war ein admin habe da den wiring gemacht habe dann ein upload dann war ja auch tun wird so zu rennen da auch schon fertig weil da kam mir gerade zwei entgegen die in admin wie das gemacht haben okay du ich glaube der zufall kann sogar stimmen dass es die beiden melinas sind ich bin aber unsicher und lass es auch erst mal sein ich habe kein ich habe keinen beweis gar nichts ich muss kippen ich habe dich in auto beobachten gehabt als die blätter weggeräumt hast und geil ich bin fertig ich bin jetzt weg nirgst wird sie ey die hat nicht getötet warum warten die hier ich hab mich doch getötet ja aber die tats war zu ende hat einfach getötet ja ich wollte die ganze zeit eigentlich wende aber er war auch die letzte runde wir müssen noch einkaufen ja okay hast du kili bei dir aber schön dass uns bis ende niemand mehr verdächtigt hat ich muss sagen also wenn er hat sich am ende doch ein bisschen verdacht weil sie bei uns scheint aber du hast nichts getötet sie hat mich getötet ja weil wir haben alle leute in auto getötet hat mich getötet also ich hatte kein so leicht im verdach weil der zuverwahl ich hatte alle meine tasks bin dahin gerannt und wurde gekillt kaltblütig wir warten auf dich nein ihr wartet nicht auf mich bei schlager stu bereits ich hatte valeur wie ich hatte ich habe oh mein Gott w ist ja Muy wie ich pharmierete alles kann nicht wir du dennis matt nein 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 dann ich bin in guter gesellschaft wenn ich hier bei euch bin das weiß ich auch wenn ihr mich töten könnte und der ist da ja ich wollte dir einfach mal und hoffe meine tasse hier und wollte mich verarschen ich habe martin kurz vor der cafeteria gefunden er hat martin kurz vor cafeteria gefunden ja so so zwischen apple und cafeteria genau in der ecke ich war in medbay mich gerade scannen und ich habe ich habe niemanden gesehen überhaupt niemand komisch okay dennis wo warst du zuletzt elektrik und hab da war dieser komische kabel scheiße gemacht ich habe dich glaube ich auch gesehen gehabt okay und die frage wo er auch elektrik oder was als die tür zugehe als die ich auch nicht ich war wie gesagt ich war mir raus bringen also müll schreddern ich gehe zu Edmund ich gehe zu Edmund front dann ist es weg was war das ich konnte keine stöte der war schon tot aber ich habe dich doch ganz doll lieb ich kann dich doch nicht töten aber das wort habe ich noch nicht gemacht das war ich hatte die möglichkeit ja aber ich dachte mir nur ich wollte nicht dass du böse auf aber das war wirklich die krasse runde ich weiß ich bin ich gehe doch zu elektrik hier rein mache bei taz dennis ist neben mir ich da höre auf denn es ist weg fühlt sich alle da unten platz blutsch ich habe er war unten bei schild er hatte strom der strom ist ausgefallen unterwegs ich habe strom ausgemacht denn es hat strom ausgemacht ich habe denn ich habe kai getötet wenn hast du getötet dennis marie nicht mehr leiden kannst du mich als erstes du weißt doch nicht der erste der draufgegangen ist das egal aber du hast mich immer getötet habe ich nicht oder dennis jemals als erstes getötet ja nein nicht einfach mal kai als erst getötet so kein problem wer fehlt ich denke war die letzte runde ja zumindest für uns bei der aber wir noch einkaufen gehen wir haben wir gesagt hat ihr müsst einkaufen gehen deswegen bin ich schon raus ja also mit dir spiel ich noch mal steller sie kannst du noch ich warte nur drauf ist er denn hier schreibt dennis bockhoff stelares kommt dann von dir